Ich gehe heute zu Jennys Halloween-Party und ich wollte ein Halloween-Outfit, was zu meinem Freund passt. Also werde ich Krankenschwester. Ich habe mir jetzt hier schon eine Narbe ins Gesicht gezeichnet mit Narbengel. Habe dann noch schwarze Farbe genommen und diese drüber getan, damit das Ganze noch echter aussieht. Habe ich Ketchup genommen und das oben und unten hin platziert. Die Augenbrauen nochmal ein bisschen dunkler gemacht und mir Wimpern draufgeklebt. Es durfte auch kein roter Lippenstift fehlen, er sah ein bisschen orange aus, aber das ging schon klar. Dann einmal hier das Krankenschwester-Outfit. Es war aber noch nicht vollendet. Ich musste jetzt erstmal meine Haare aufmachen und dann habe ich die so ein bisschen weiß angesprüht. Irgendwie war es so ein bisschen leicht gräulich und das hat mich irgendwie 30 Jahre älter gemacht, aber naja, egal, that's it. Dann habe ich mir hier noch Socken mit Schleifchen angezogen. Ich fand es irgendwie cute. Dann noch Ohrringe weiße und ein Stereoskop durfte nicht fehlen. Dann habe ich hier noch Ketchup geholt und mich angesprüht.